es leckt ganz schöner das leckt ganz schöner das leckt ganz schöner ich glaube es leckt nein aber das hat hier auch einen schwarzen rand und hier auch ja aber doch nicht viel zu groß auch wir können das verbessern wir können uns verbessern barelli barelli ist es noch barelli das ist wie ein kleines fass 1900 und weiß es nicht mr barelli gestatten sieht doch gut aus eine riesige socke weil er einen riesenpenis hat okay er lüft das noch an übrigens ok geht denn mit der lade ich habe keine angst vor deutschem lied gut zu hören Warum? Hä? Ein deutsches Lied? War das deutsch? Oh man! Soviel zum Thema. Ich erschrecke hier mehr als du. Lunch. Lunch heißt das. Mr. Lunch. Jetzt mal hier zum... Das ist mittlerweile, ne? Was ist das? Was? Wir warten nicht mehr. Es wird nicht mehr lange gefackelt. Und dann wird am Screen... Oh man, was ist denn da? Da knackt was. Hör doch mal auf. Hör doch mal auf. Was mache ich jetzt hier beim... Oh man, das ist schon wieder viel zu groß. Das ist der Nervenarzt. Boah! Scheiße! Das Bett konnte ich grad schieben bisschen. Scheiße, was ist denn da? Siehst du das? Das ist ein Loch, ich kann das Bett schieben. Scheiße, mach mal, mach mal. Wo ist denn was? Du siehst dann nur, hast du Angst. Dort, dort kannst du rein. Scheiße, was ist denn da? Da ist ein Loch in der Wand. Oh, Spaß! Ich sitze grad auf dem Klo. Ja, ist ja nur gut. Das ist gruselig. Wir kriechen das geschoben. Okay, ich kann es nur schieben, wenn ich krieche. Logisch eigentlich. Äh, bist du jetzt rein? Also, raus. Ob ich das vorhin verpasst? Du hast verpasst. Weiße, der gehst du jetzt draußen, Mann. Wer denn? Der Spaß, der an die Tür geklauft hat. Jetzt sind wir wieder hier. Aber warum? Was bringt das? Aber das hat auch jemand an die Tür geklauft. Wer war das denn? Na, jemand, der rein wollte. Hier auf der Hand. Oh Mann, das ist schon wieder viel zu gruselig. What? Oh, hier ist Bier ausgelaufen. Wie ziehen meinst du? Wie soll denn da jemand kommen? Der kriegt mal nasse Füße und ich würde ja nicht freiwillig machen. Was schreckt das denn? Das war doch nur Wasser. Fuck. Wie sagst du, die Werfen liegen blank. Das ist so... Du guckst um die scheiß Ecke und da ist dann jemand. Ja, aber das ist doch der Sinn in der Ecke. Kann ich's mal in den Augen zumachen? Ein Schloss. Oh. Scheiße. Und jetzt? Scheiße. Ähm. Hallo? Hallo Sir. Nach links schnell. Oh ne, pass doch mal auf, wenn du dich nach drehst... Der kann doch nicht hinter mir sein. Geh doch gar nicht. Aber das ist ein Geist. Weißt du? Warte... Warte. Und jetzt ist er bestimmt hinter dir. Deswegen drehen wir uns einfach nicht um. Ich schlender durch das Bier im Unterdeck. Schlendermann. Das ist neu. Alter. Uff. Okay. Ich gucke mich hier einfach an die Ecke. Wenn ich meine Augen zuknalle, verhilft das? Es ist so dunkel, ich kann gar nichts erkennen. Ja, jetzt geht das Licht an. Alter, hast du das gesehen? Ja. Wir gucken uns, das ist ein schönes Bild von einer Krankenschwester. Ist doch schön. Oh nee, oh nee. Doch, doch, doch. Drehen. Ich sitze nicht, Mann. Ja, aber ganz nah nicht. Scheiße, geil. Ist niemand, ist niemand. Oh, Glück gehabt. Okay. Das Bild ist auch weg. Das Bild ist weg. Gott sei Dank. Oh man, das ist echt gruselig gerade. Ich glaube, das ist die Intention des Spiels. Weißt du das? Ja. Da lacht jemand aber ganz schön fies. Alter, vor allem... Wie? Oh, 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 oh. Da sitzt doch irgendwas. Nein, nein, nein. Da ist eine Kiste. Wir gucken uns nur in die Kiste. Guck doch mal rechts. Das ist einfach... Glück gehabt. Eine verrückte Uniform. Das schäcke ich nie. Ist das... ...durch... 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 Das haben wir einen Schlüssel. Was war denn hier verschlossen? Oh. Ist das derselbe Typie? Komm mal zurück. Richtig. Äh... War wie? War... War... Meist du, ist noch da? Ich gucke dir an. Ah! Ich habe gerade mit den Füßen mitgelaufen. Ich auch nicht. Ja, ich auch. Muss nicht. So, jetzt entspannen wir uns erst mal wieder ein bisschen. Musst du wieder hoch vielleicht? Oder du gehst nicht hoch? Weißt du, die Tür ist jetzt offen wieder? Nee. Immer noch zu. Wir müssen schon im Bier bleiben. Das Spiel möchte das so. Das Schloss kriegen wir auch nicht auf. Ah, hier war es. Guck mal erst mal aus dem Wasser raus. Sehr gut. Was knackt denn hier so? Weißt du, kommt hier die Treppen hoch? Was ist das so riesig? Hier ein Grafikpferd rein. Ah. Nice. Guck mal durch. Kannst du durchgucken? Kannst du durchgucken? Ich gucke gerade, ob man den Typen sehen kann, ne? Wenn man ihn jetzt da sehen würde. Glitch, man. Glitch, man. Wir haben es. Der glitchige Mann. Was machen wir mit dem? Äh. Tall, man. Okay. Links ist eine Tür, deswegen. Aber, äh. Weißt du, ich soll... Naja, okay. Ah! Ah! Wer macht der? Kommt! Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ja, mach die Musik an. Geht nicht. Das ist nicht mehr so gruselig. Scheiße, kommt der jetzt her? Nee. Muss aber in die Richtung. War vielleicht so schlecht sein? Oh! Fuck! Scheiße! Fuck, 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 fuck! Scheiße! Oh, mein Herz. Okay. Mein Herz und deine Seele. Okay. Warum steht denn der jetzt so gruselig da auch? Oh, lass mich in Ruhe. Er hat mich in Ruhe. Oh, er hat mich in Ruhe. 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 Stimmt. Ah! Oh Gott! Deswegen ist gruselig. Wir gucken nochmal im Kraftenfehler, ob er da ist. Glitch, man. Glitch Land. Ich weiß nicht, ich bin nicht. Brrr. Genau, wir stecken uns hinter der Treppe. Läuft er an uns vorbei. So, was will es sein? Ah! Oh, mein Herz ist gruselig. Oh, mein Herz ist gruselig. Oh, Mann. Fuck. Okay. Es ist nur ein Grafikfehler, Mann. Wir können ihn besiegen. Oh, 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 okay. Hinter der Treppe verstecken. Hinter der Treppe verstecken. Und jetzt hin. Und da ist er machtlos. Machtlos. Ich glaube, das Schlimmste ist vorüber. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist sein Zimmer. Warum braucht denn der so viele Petten? Wir haben ihn überlistet. Oh! Das sieht doch angenehm aus. Das sieht doch aus wie fucking Shining. Okay. Schau mal da hin. Schau mal da hin. Was ist denn da links? Ja, Kai, lauf so lang. Ich kann nicht schneller laufen. What? Scheiße, geh dort rein. Geh dort rein. Oh, das ist der... Ich kann da nicht reißen. Scheiße. Oh, Gott. Okay. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, wir haben anderen gewonnen. Let's move.